Und natürlich sind wir sehr, sehr lange gemeinsam unterwegs und sehr freundschaftlich auch miteinander verbunden. Deswegen versteht man sich. Ist ja ein Großprojekt für uns gewesen, das größte Einzelprojekt eigentlich in der Geschichte von Rothaus. Die große Herausforderung für uns war eigentlich die Sortieranlage. Weil Sortieranlagen sind keine Standardanlagen, im klassischen Sinne wie jetzt Abfüllanlagen. Dass wir diese Rosinen aus den einzelnen Anlagenbauern rauspicken können und Chibot auch die Prozessleitsysteme mit uns gemeinsam verknüpfen kann. Das war genau wichtig. Chibot deshalb hat es eben genau diese Verknüpfungen bekommen können. Und diese Ingenieursleistung, die Planung, die kann Chibot sehr, sehr gut. Das macht Chibot mit uns in der Partnerschaft sehr wertvoll. Das macht Chibot mit uns in der Partnerschaft sehr, sehr gut.